Vertagt ist eine Lösung im Streit der Union um das Asylrecht. Vielleicht gibt es Donnerstag oder Freitag eine Lösung auf dem Gipfel in Brüssel. Wir schauen heute Abend auch auf das Anlanden des deutschen Rettungsschiffs Lifeline mit Flüchtlingen, die unter anderem auch in Deutschland untergebracht werden sollen. Und wir schauen auf das Ausscheiden der Deutschen bei der Weltmeisterschaft in Russland und analysieren, was da passiert ist. All das um 23 Uhr hier in der Tag.